Vorfreude auf Weihnachten 2018. Haben wir das? Jupp, wenn die Familie zusammen und dann das große Festessen im Gange ist, ist doch das das Schönste. Die Weihnachtszeit ist immer eine sehr schöne Zeit im Jahr. Ich mummel mich mit meinem Tablet ans Fenster, mit Lichterkette, Tannengrünen und Kerzenschein und hole mal zu die Wischen bei Julien nach. Dazu noch Spekulatiusmümmeln, Weihnachtslieder. Weihnachtlich, da geht's kaum noch. Ich freue mich schon so extrem auf Weihnachten, ich Kaiser. Bin sowieso einer, der ein Weihnachtsmensch ist. Die Playlist mit 40 Christmiss-Songs wird auf- und abgespielt. Natürlich freue ich mich auch, gerade seit der Nachwuchszeit, bla bla. Das klingt jetzt vielleicht fies und schlimm, wir wollen uns gar nicht lesen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der... Bla, ich will es nicht wissen. Ah, was nur noch fehlt, ist der Schnee und über mehrere Wochen hinweg Temperaturen um minus 10 Grad. Äh, ja, Schnee ist cool, ähm, alles toll. Ähm, ja, schöne Nachrichten. DHL ist auch schon da und ja, damit sind wir alle sehr gespannt auf Weihnachten. Ich wünsche uns eine schöne und persönliche Zeit. Bis nächstes Jahr, wenn die Silberaktion nochmal stattfindet. Ciao, ciao. Ciao.